Und das ist dann jetzt das Ende für ihn, ne? Hä? Was bringt mir das, wenn ich das aktiviert halte? Nichts. Aber rein gar nichts. Dreht sich das Ding nur. Okay, habe ich das Ding verschwindet? Kommt er jetzt aus? Kommt er dort raus? Aha. Äh, der schafft das Ding. Der muss explodieren. Und stopp! Und ja, kommt jetzt doch. Und ja, kommt jetzt doch. Das ist doch gar nicht mal so schwierig gewesen. Das sehe ich gerade ein. Ich habe da nur diesen kleinen Würfel da. Ich glaube, man hätte das schaffen können. Die sind da halt so frei. Hätte es mal schaffen können, ja. Hm, zwei Sterne habe ich schon mal. Na gut, schaffe ich auch nicht. Nee. Nee, ich glaube, da muss ich alles schaffen. Alles. Goldenes Vlies, ohne es zum Beispiel. Das muss man dann schaffen. 48. So schlecht bin ich gar nicht, oder? Oh, der? Oh, je, oh, je. Was kommt denn jetzt? Geil. Äh, wir haben zwecks mit... Okay, ich springe jetzt da runter. Da müssen sie nicht drauf, oder? An die wollen mal... Hallo? Ah, knappe Sache. Aber eigentlich sterben die ja nicht, weil die... Was ist denn jetzt mit den Dingen hier los? Oh. Mist. Bonus-Löffel! Yeah! Aua. Super scharf. Brauche ich das? Das Ding muss eigentlich nur explodieren, ne? Schaffe ich ja gar nicht mehr. Nö, hab schon verloren. Ich komme nicht darüber, weil ich das ja zum Explodieren zu oft benötigt habe. Oh, wenn ich hier das Ding nehme, dann zeige ich das, was passiert, wenn man das Ding nicht vorher explodieren lässt. Hm. Okay, das Ding explodiert weg. Dann müssen die, müssen nur springen. Dann müssen die, müssen die, müssen die, müssen die, müssen, um... Ach, das Ding! Da, 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 da. Ich weiß nicht. Oh, nee, die, dass, das Ding kann. Ich bin echt, wundere, dass, wo ich da, das Ding nicht提werved. Oh, nee, sieh. Alles, was du kaltest? Und sch- komm mach Okay, das hat Das war das Falte, was ich machen wollte Aber okay Ah, okay Der Okay Wollen die so sterben Guck mal, wie die hängen So So, wir müssen eigentlich nur da drunter Da drauf und dann Uh, knappe Sache, ne? Ja, genau Ah Ja, geschafft ist geschafft Und wir haben es immer in einer guten Zeit geschafft Sag ich jetzt mal so Das Geräusch, ne? Äh, okay Ja Wir sind, äh, wir sind, wir sind, wir sind Und da Gott, keine Ahnung Was machen wir denn eigentlich für den Löffel hier? Erstmal gucken, was wir jetzt machen müssen Die können hier runterspringen Äh Äh Ähm Ja Wenn man das aktiviert, den fährerst du wahrscheinlich runter Sag ich jetzt mal so Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Äh Ähm Die kommen da raus Und dann müssen sie einfach springen, ne? Oh Eine falsche Seite Hier nicht Hm Oder doch Ich dachte eigentlich, die springt dort drüber Ähm Ähm Okay da habe ich nicht so viele springer sehr wenig wollen den sehr blöd wie soll ich denn das jetzt so machen leute geht es hier wenn ich das dann hier so mache ist der da hochspringen hochfliegen dann hier runter fallen dann da drauf gehen und dann geht das ding hier runter oder sowas richtung in der zwischenzeit muss ich dir irgendwie hier damit festhalten mal gucken hallo probieren wir mal die taktik aus so hier musste ich eigentlich gar nicht viel machen habe ich eigentlich nur das was da haben zu tun gehabt tja schaue ich doch direkt mal weiter wie das da funktioniert die ersten beiden die dürfen quasi die die rüberspringen sie müssen ja ein paar rüberspringen vier so ich hab mal fünf gemacht nur fünf die anderen machen dieselbe runde noch mal und von den fünf bleiben theoretisch nur zwei übrig die dann theoretisch rüber springen können fliegen können die habe ich denn eigentlich hier probieren wir es mal ob das denn so klappt oder anders verstehe ich es noch nicht wie das funktionen soll ich habe ja nicht mehr springer irgendwie nur ich um eine richtung stehe ich nicht ich habe ja nicht so viele springer die ich die kollegen kommen gar niemals dort rüber obwohl die müssen da drunter eigentlich darunter vielleicht so so ob das funktioniert und dann kommen die darüber müssen die drops nicht springen also sind diese fünf springer die springen aber aber warum wir so und eigentlich das ziel verstehe ich jetzt nicht also da unten komme ich wahrscheinlich nicht zum springen hin sondern ich muss dort aber das ding braucht aber wahrscheinlich hier so 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 so